Und damit von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu unserer F1 2017 Karriere. Konnten da nur durch die Finger gucken. Das finde ich interessant, da hat mich wer weggedreht. Nein, Britney, du Idiot. Nein, das ist Bottas gewesen. Das war Valtteri Bottas und ich habe keine Ahnung hier was abging. Das reicht aber jetzt, um in Turn 1 mal an Max Verstappen vorbeizugehen. Wir holen uns hier mal immerhin den vierten Platz zurück. Ja, 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 da fliegen die Teile. Und er quetscht sich wieder in Turn 1 vorbei. Ja, Mann, lässt du mir jetzt auch nochmal Platz? Nein, da gab es einen Auffahrung von Valtteri Bottas. Hat einen Puncher. Valtteri hat den Puncher hier. Alonso in diesen unfassbar ekelhaft hässlichen Schwarz-Orangenen. Und der F... Das ist natürlich totale Shit. Auf Fett. Dein zweieinhalb Kilo kann ich vermutlich in drei oder vier Runden sogar Fett fahren. Was machst du denn? Was macht denn die denn hier? Hamilton fährt extra ins Gras, dass er sich seine Reifen aufwärmt. Das finde ich eine ganz, ganz spannende Sache. Runde Max mal zwei. Er ist nicht mal für die SOS gerecht. Schade. Sepp gewinnt zwar, aber ich muss persönlich sagen, konnte hier wirklich alles gut machen. ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.